hallo und hallo liebe freunde willkommen zurück hier im spieleparadies mit mir se maxi ihr seht wir sind wieder in saint denis angekommen und zwar weil wir uns da mit sadie treffen weil moment ist es hier einmal ich dachte das wäre vielleicht geld eintreiben für leopold strauss aber nein das war's nicht das wäre ein weißes fragezeichen gewesen und da wollte ich jetzt nicht unbedingt auch eingehen ja ja ich darf doch hier lang reiten ich wäre nicht mitfahren so und hier ist es der salon echt muss sadie sein oh und da schnappflasche come on let's go let's go where and why are you so riled up today is a great day arthur today is the day they are going to hang comb o drisker so rather they hang him or i shoot him oh they're gonna hang him yeah and not before time that boys been on the gallows more than most i wouldn't count anything until his neck's broke well nor would i which is why despite us being wanted men we're gonna attend the event ourselves and follow him onto the scaffold well let's hope not but if i could see that son of a bitch breathe his last i think i'd die a happy man ja warum nicht ja gut das erkennt vielleicht keine puh cool ja da bin ich ja gespannt ob das jetzt mal wirklich klappt es gibt es gibt es gibt krisch wer ist es r Das ist ja nicht so, was ich, was ich hier nicht so? Ja, ich habe ihn nicht so. Ich habe ihn nicht so gut. Das ist doch nicht so, dass ich in dieser Karte bin. Du hast das nicht so gemacht, als ich, Herr Morgan. Mein Vater nicht so glücklich. Du hast dein Vater. Ich habe meine Lieblings-Anne-Belle. Der poor boy Kieran. Wir haben alle etwas verloren, weil von Kohl. Das ist ja nicht so, dass wir ihn aufhören. Das ist ja nicht so, dass wir ihn aufhören. Der ist ja nicht so, dass wir ihn für echter sind. Das ist ja nicht so, dass wir ihn aufhören. Da bin ich gespannt. Ähm, da sollte er sich selbst mal dran. Keine Ahnung. So? Wo er recht hat? Ah, da vorne ist es doch schon. Oha. Das scheint so, ja, da sind sehr viele da. Ich weiß nicht, muss man sich das anschauen? Schon krass. Ha. Ah, okay. Super. Mal sehen, was wir machen. Vielleicht locken die uns auch nur weg. Könnte eine Falle sein. Ich sag's nur. Let's go. Quiet. What does it look like? A bunch of cops. Ha. How many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we had to have our wits about us and move fast. Ah, ja. Yeah. I guess we face worse than this before. Ich glaube, wir holen da jemanden vom Dach vorher. Ja, ja. Sehr gut. Cool, okay. Äh, find deinen Weg aufs Dach. Herzlichen Glückwunsch. Cool, ne? So einfach kann's gehen. Find a way up to the roof and stop him. I'll go back to Mrs. Adler. Natürlich. Guck ich mal hier rein, oder? Äh, rein. Ah, sehr gut. Treppe. Ja, trotzdem vorsichtig. Kommt drauf an, ob der wirklich nur den Galgen im Auge behält. Okay, ist mal raus. Sind wir ja nicht auch schon mal geflohen? Sieht fast genauso aus. Hoch mit dir. Okay. Und, wo ist er? Ist keiner. Nee, hier ist ja noch keiner. Liegt nur das Gewehr. Das ist das Problem. Ach, komm. Das riecht doch so sehr nach einer Falle. Ah, sag ich doch. Mann. Wusste ich's doch. Okay, komm. Na, sag mal. Geht's noch? Komm, mein Platz. Oh, ich hab jetzt auch ein Messer. Na dann. Easy. Cool. Sehr gut. Und das ist er. Sieht so aus. Tauture. Robbed. Stolen. Rape. And abused for a decade. Across five states. Seemingly with impunity. Today, Justice catches up with him. Ha, ha, ha. Ha, ha. Das will you may. I've been a bad man. Silence. These charges. This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out and you're saying to the end of the move. Colmo Driscoll is that you are to be hanged by the neck until you are dead. Ha, ha. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? Colmo Driscoll I think we love him. I think we love him. Oh my God. Oh my God. Morgan, you hear us? Take a shot on these old Driscolls. Wo sind die denn? Der ist glatt. Da. Oh. 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 Ich glaube, das sind auch die. Hey. Oh. Sehr gut. Oh. Oh. Ja, mach. Ah, okay. Da sind sie doch schon. Sie hat's halt versaut, ne? Kann man nicht anders sagen. Krass. Er war's nicht. Okay, und schon sind wir wieder im Lager. Oh, cool, danke. Shit. Huh. My dear Arthur, I don't know if you received the letter I wrote to you from Sandinia a while back. It was foolish of me to ask for your help again, and I promise there will be no recurrence. I don't imagine you'll receive this letter either, but I nonetheless must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams when I read about your recent activities in the newspaper. I miss you, and I will always miss you, but I cannot live like that, and it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense, but when we're apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I am so sorry for everything, for everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant, and the giant wins time and again. I enclose a ring you gave me many years ago, when we were both young, not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you'll find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Ach, der Arme. Das ist ja gemein. Und jetzt haben wir, ähm, ja, jetzt haben wir wieder was abgeschlossen. Da ist was Neues aufgetaucht, EF. und was ist EF? Vor allem wo ist EF? Ah, da. Wer bist du? Ach, Eagle Flying, okay. Ja, gehen wir erstmal zum Micah. Ich glaub, der braucht uns vielleicht grad mehr, beziehungsweise haben wir ihn schon lange genug warten lassen. Wie jetzt der Abschiedsbrief da reinpasst, weiß ich auch noch nicht. Finden wir bestimmt noch raus. Ian, I want to stop you. I'm gonna get you, belly full of lead. Usmer. Freeze. Reserve to everything. Get back, quick. Okay, aus irgendeinem Grund wurden wir jetzt hier vom Pferd geschossen. Ich weiß aber echt nicht, warum. Okay. Sehr eigenartig. Wie gesagt, was war das denn? Super. Ach, sind das die Kannibalen, vielleicht? Ich war nicht ein Teil davon, es waren sie. Oh, du rufst jetzt wirklich! Komm, schneller. Was zur Hölle? Waren das die Kannibalen? Ich weiß nicht. Möglich. Aber die Falle habe ich echt nicht gesehen. Toll. Können wir dann jetzt immer einfach so überfallen werden? Ist ja natürlich doof. War halt auch blöd, dass ich erst mal... Dass ich erst mal nur dieses... Andere Gewehr geholt habe. Ich hätte gerne meins. Nur zur Sicherheit, weil sowas nochmal passiert. So, und jetzt sind wir bei Maika. Was macht der denn? Das ist ja ein komisches, altes, verlassenes Haus. Ist das für uns? Ah, da ist er. Da ist er. Old Blacklung Morgan. Sure. Was du folgert? Excuse me? Was du folgert? Du kennst dich, du sagst. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht mehr sicher. Ich bin nicht mehr sicher. All ich weiß, ist, dass es eine Verordnung gibt, wenn du da bist. Aber das ist so. Weil es scheint mir zu mir ist, dass seit du mit uns bist, da nicht mehr was für ein Problem ist. Stirn'e alles auf alle Zeit, gett'e in Dutchie's ear. Es scheint, dass du da bist, da ist Pinkertons und vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy, or- Take it easy, cowboy. You're gonna do yourself a mischief where you're heading. Micah, shut it! He started it! Dutch says we is to go on with plans to create a diversion. We gotta get some explosives to blow up the bridge. Keep the army outta here a few days. I think it's a real bad idea. I don't think Dutch cares too much what you think. That's clear. We gotta confuse him one last time. Then he and I will head to Blackwater, collect the money, and help everyone leave. He's got a boat lined up. Blackwater's a fool's errand. Everyone knows it. Even a greedy moron like you. It's Dutch's choice, Arthur. You're just a senior gun, same as the rest of us. Only you ain't well- I'm fine! Then you'll do Dutch's bidding, which is robbing a stage that's coming from Annisburg full of explosives. Rob a stage. All we seem to ever do is rob a stage, you and me. Not me, you two. I got my own planning to do. You boys got this. Shit. Guess we have. Come on, Arthur. And cowpoke. Take it easy. Huh. You can do with a vacation. Hm? Okay. Ich sag doch, das ist eigenartig bei Micah, aber naja. Alright, let's go. Was sollen wir machen? Kutsche überfallen. Mit Bill. Have fun, boys. Ja, herzlichen Glückwunsch. Maka says we should jump it as soon as it comes through Van Horn. So you're taking orders from him now? I'm taking orders from Dutch. Same as always. Hey, hold up a second. Pinkerton Patrol over there. Komisch, ne? Okay. I think we're clear. Let's head on. No. Really? Okay. So. The wagon will be coming from that way. Down from Annasburg. And it'll take the two of us to stop it completely or it'll never get... Ooh. Ora? There we go. You go play dead, and I'll take care of them. No. I'm the better shot. And you, you're the better actor. No, you play dead and I'll cover you. I got that. I got that. I got that. Oh, if that's them coming now, I think. It'll be quite the show. Super. 3. Theme floor. Oh look at that. I on to go or what? extern? The lastcrap. Well, I'm dying. The last thing! Ah. No. Yeah. I got it, no, no. Do you try to mess two years ago. Go. luence ho, listen. Hä? Okay. Sehr gut. Oh! Ah! Okay. Hat auf jeden Fall geklappt. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, es war richtig, gleich erst mal diejenigen zu erschießen, die auf dem Wagen waren. Na los, lass mich hoch. Ja, ja, chill mal. Ich bin halt zu Sicherheit, du bist einfach. Geh her. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Oh-oh. Ja. Das ist natürlich ungünstig. Ja. Oh, ich sehe hier niemanden mehr. Ja. Ja. Kannst du mal gerade ausweiten bitte? Ja. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ja. Es ist halt blöd, wenn die aus allen Richtungen sind. Ja. Na mal sehen. Puh, das war wirklich. Puh, das war wirklich. Also, zwischendurch war es ganz schön knapp. Äh, warum soll ich denn jetzt fahren? Ja, hierals. Ach, Quatsch. Ja, Quatsch. Toll. Oh, yay! Micah macht das Wurst schön. Natürlich. Das ist sie. Nicht so gut. Und weg ist er. Tja, Leute. Dann würde ich mal sagen, da kommt unser Pferd. Und wir schauen uns das nächste Mal an, was wir machen müssen. Ah, da ist auch noch mal Eagle Flying. Also hier dieser fliegende Adler. Irgendwas ist da auch noch. Also wir haben auf jeden Fall noch genug zu tun. Vielen, vielen Dank euch heute für's Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei den Möckeln-Spiele-Partys. Mit mir sind Maxi. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.